Willkommen bei SRF bei den Leuten. Heute Lampfrauensschlafzimmer. Ich bin hier in einem Lampfrauensschlafzimmer mit einer wahnsinnig innovativen Bettdeckung im neuen Obwanderdesign. Kleinkariert, rot-weiss und was haben wir da noch? Energiesparende, sensationell innovative Lampen mit Oil of Olas aufzufüllen. Das wäre es gewesen aus der Lampfrauenkoche mit einem Special Lampfrauensschlafzimmer. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.